hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge sanken land auch wie schön mit dem mond im hintergrund ok dann lass uns mal was sammeln gehen ja ich habe mir schon überlegt wir lassen sich jetzt mal liegen aber ich finde es gar nicht so schlecht dass man das immer hier sammeln so und wir bleiben ab jetzt dabei alles was wir jetzt machen bauen und so weiter wird gemeinsam gebaut das lassen wir mal so wir haben ja vor 23 folgen weil wir neu beginnen mussten wegen des updates habe ich ja irgendwie so teil geplündert schon zweimal glaube ich zwischen den folgen zwischen den aufnahmen das machen wir jetzt nicht mal alles gut alles gemeinsam kalt wird's fisch nehmen fisch genommen haben wir fisch nö interessant fisch funktioniert offenbar nicht so war ja alles gut schon lange hier keine mehr gepflegt ja dann würde ich mal sagen dass das das und das kommentiert in so für alle die das noch nicht mit der erklärung mit den tests gesehen haben wenn man eine kiste nicht vollständig leer plündert dann bleiben sachen drin fürs nächste mal super dann gibt's respawn essen nehmen ja das holz drin kann ich da nicht so das können wir doch einpacken was können wir da auch einpacken haben sogar noch platz dafür dafür das können wir mal essen so zitronen zitronensamen so holzkohle gerne auch schon einiges so heute steht noch ein aufs flug auf dem programm aber zuerst schlafen gegangen so damit wir alle mehr vom lichtchen haben super was fehlt essen trinken gut wenn wir das mal machen so essen trinken beim aha und dorstig super die sind auch schon fertig na dann wollen wir das natürlich machen natürlich so die erdbänder rein und dann machen wir diesen hier sehr schön so wie schnappen uns das bötchen was haben wir da in der truhe ja das passt doch platz nehmen fahren so 9,27 liter hammer 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 da würde ich noch ganz kurz drauf schauen auf die mutanten insel weil ich mir sehr gespannt bin gibt es jetzt respawn ja oder nein von den mutanten wahrscheinlich ja aber die greifen immer an bei wann haben wir die hier ausgelöscht als ja auch schon länger her oder so wie dem auch sei holz nehmen nicht mit aber gummi und solche sachen brauchen natürlich ja ist wichtig kein respawn finde ich gut oder schlecht ich bin mir da nicht sicher so agate ray nimmer schön der schroth auf dem unterdach finde ich gut dann verdirbt er nicht aber würde man den schrotthaufen komplett wegluten gäbe es den nicht mehr und somit keinen respawn im schrotthaufen oder reifenstapel oder was auch immer so und schau mal kurz super bin zufrieden vorerst mal ja jetzt gehen wir da noch rauf so was haben wir da die vogelsuppe Samen nehme ich gerne mit Würmer lassen wir mal da da gibt es viel schrott sehr schön haben wir ein Deko-Ding vielleicht nö aber ich nehme diesmal das mit dem Stoff wenn wir den einfach mehr brauchen mehr und öfter so da haben wir oh Handy eine Waage eine blaue Ölflasche auch cool super war das alles da hinten ich denke ja so zuerst mal an die Truhe an die Truhe das tun wir rein das auch 10 Stoff super 10 Gummi kleine Inventur so Tantensiedlung so da wissen wir auch nicht hier war der Vergnügungspark da wissen wir auch nicht was da auf der Insel ist also ihr wisst das wahrscheinlich ja ich nähe mich sehr vorsichtig Plünderer wollen wir das eine Radiosenderinsel eine Radiosenderinsel da hinten gehen das heißt gehen die laufen wir fahren einmal rum wollen wir uns mit denen anlegen zu einer habe ich gesehen aber Plünderer deutet auf Mehrzahl hin so ich glaube heute brauchen wir eher das hier 30 Pfeilchen nehmen die mit und verschießen die mal ach hier Radiosender unter Wasser nicht verwendbar ne kann man so von hinten einen überraschen wenn ja ich sehe nicht mal einer ich sehe auch keine kleine Bewegung hier da hat sich gerade einer bewegt da hinten kommt vorher auch super 2 habe ich gern ich bin so froh dass die daneben schießen habe ich denn erschossen? kommt er wieder da ist noch einer das heißt noch einer das heißt noch einer also ich unterstelle wir haben einen erschossen ich hoffe nur von hinter uns kommt ach komm ich bin sehr zufrieden dass die nicht von der anderen Seite kommen wirklich zufrieden weil das fies wäre aber jetzt den da erschossen ich denke schon und da war einer da hinten und weg ist er okay okay na Oh, das sind noch ganz schön viele. Ich weiß, es wird recht dunkel. Wie viele haben wir denn noch? Boah, 15 nur noch. Das gibt es ja nicht. Okay. Ich finde den Stein hier ganz gut. Da hinten. Was auch immer, das ist ja auch Kartoffel. Interessant. Ja, Jungs, entschuldigt, aber ich muss euch das wegnehmen. Da ist er ja. Ist das der da hinten, der da schießt? Das sind noch zwei. Das sind noch zwei. Danke. Viertel kommt auch einer. So. Was ich aber befürchte, jetzt wo wir die Radio-Insel geplündert haben, werden wir Besuch von ihnen bekommen. Ach ja, ist so. So. Das ist gut, die brauchen wir aber nicht. Ambus-Polz, doch, die brauchen wir. Ich dachte, Pfeile. Okay. Hat der mit seiner Ambus geschossen. Der Hund. So. Oh cool. Was ist das? Kaputter-Football-Helm. Dann bringen wir Sachen ins Boot. Jetzt kommen wir gleich nochmal. nochmal, nochmal, nochmal. Ich hoffe, es gibt jetzt keine Respawn. Ich wollte Sachen ablegen. Oh, die ist ja schon fast voll. Kartoffel. So. Treibstoff nachfüllen. Super. Nein, Benzin. Dann haben wir. Das kann man eigentlich auch droppen. Kartoffel bin ich total gespannt. Aber wir haben echt nicht mehr viel Platz. Echt nicht mehr viel Platz. So viel Zeug. Was ist das? Kopfer. Wir machen nur vier. Jawohl. Da haben wir noch ein bisschen. Haben wir noch Platz für Schrott. Naja, aber nicht mehr viel. So. Und weiter geht's. Kopfer gibt's hier. Okay. Merken. Kopfer. Da haben wir schon. Glaube ich. Weiß ich nicht. Bam. Ich lass das jetzt drin. Oh, da. Oh, wie schön. Stoff auf jeden Fall. Components. Docktape. So, ich glaub, wir müssen zurückfahren. Oh, Baumwolle. Wollsamen. Ähm. So. Wir müssen, wir müssen zurück. So, und ich befürchte. Jetzt greifen uns hier auch die Plünderer an. Naja. So. Wir fahren da ein bisschen. Oh, kalt wird's wieder. Wir fahren da ein bisschen rum. Und da vorne müssten wir sein irgendwo. Die Schwebeinsel. Rotalge oder was auch immer. So. Sind wir richtig ausgerichtet? Naja, fast ja. So. Dann machen wir den mal. Schaut mal auf die Kilometer. Wenn wir normal fahren, kmh 50. Aber, jetzt. Ja. Oh, wir fahren auf 300. Super. Ups. Na, da gucken wir aber auch schnell voran. Wir docken da wieder an. Auf dem Seitentürchen. Einfach, weil das gut war. So. Sehr schön. So, Essen. Das gehen wir mal zurück. Kopfererz. Sehr schön. Das gehen wir auch mal zurück. Sonst passt's ja. So. Da haben wir mal Samen. Wir haben auch Baumwollsamen. Das finde ich großartig. Und Baumwolle. Packen wir da auch rein. Krott kommt da nach Hause. Nach Hause ist gut. So. Und da in diese Kiste. Wobei, das würde ich gerne da reintun. So. unser erstes Kopfer, das wir einschmeizen. Super. So, da haben wir mal den. Wir hätten die ganze Kleidung noch mitnehmen sollen. Na ja. Irgendwann. Irgendwann fahren wir einfach nochmal hin. Und dann wird's gut. Und dann wird's gut. Was haben wir da zum Pflanzen? Das und das würde ich mal sagen. So. Zitrone. Oh, schade. So. Zitrone, Erdbeeren. Können wir da noch reinpacken. So. Baumwolle. Baumwolle. Und Erdbeeren. Sehr schön. Da, jetzt schauen wir nochmal hier rauf. Wild. Ohne, dass wir was abgebaut haben. Das finde ich jetzt schon sehr faszinierend. Da noch schön ernten. Dann würde ich mal sagen, dann haben wir's auch. Da unten liegen noch welche. Da liegen noch welche. So. Ab in die Kisten. Alles gepflanzt. Alles nachgesetzt. Sehr schön. Das kommt da rein. So. Das Holz. Aber hier noch Platz fürs Holz. Sehr schön. So. Wir nehmen mit das hier. Kartoffeln finde ich auch gut. Da wäre ja auch noch. Das nehmen wir mal mit. So. Das kann's decken. Oh. Ich glaube, wir brauchen eine neue Kiste. So. Dann haben wir mal Erdbeersamen. Das ist gut. Dann haben wir Components. Auch schon ganz schön viele. So. So. Stoff. Gummi. Gummi. Ist ja auch schon cool viel. Seid mal was Neues bauen draus, oder? Noch mehr Glas. Das lassen wir da. So. Schnell noch aufs Boot. Die Truhe. Ja. Ja. Es wird schon wieder hell. 4 Uhr 34. So. Was haben wir da jetzt? Sammel Gegenstände. Haben wir da? Das haben wir da auch. Doch. Das haben wir schon. Ja. Ein Handy. Eine Zeitschrift. Ah. Vielleicht bauen wir uns einfach noch. Oh. Ist schon wieder fertig. Da. Da gibt es gleich das nächste Kopfer. Oh. Kopferbahn. Kopferbahn. Yeah. So. Das kommt da rein. Und das kommt da rein. So. Den lassen wir uns mal da. Ach du hast 60. Energie 60. Wahnsinn. Das ist super. So. Was haben wir noch? Kartöffel. Ich glaube wir brauchen noch ein Essensteil. Machen wir da so eine Holzkiste. Oder Schrottkiste. Oh. Haben wir viel Schrott. Ich befürchte nur das wird alles schnell weggehen. So. Bauen. Nö. Kiste hier. Holzkiste. Nein. Das machen wir quer. Schaut besser aus. So. Ruhes Essen. Wobei. Kommen wir gleich. So. Dann haben wir hier. Ruhes Essen. Ruhes Essen. Da ist alles fertiges Essen. Zitrone grillen. Das kommt da auch rein. Ja. Ruhes Essen war jetzt gar nicht zu viel. Zitronen grillen. Super. So. Dann rein hier. Ruhes Essen. Fratene Kartoffel. Sehr gut. Bau doch den neuen Ofen. Ja, ja. Das machen wir ja auch noch. Keine Angst. Das machen wir noch. So. Wenn wir schon dabei sind. Passt so. Dann machen wir uns noch Pfeilchen. Ambus Pfeilchen. Wie viele können wir da machen? Ambus Bolzen. Ja, 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 ja. So. Das passt ganz gut. Wobei können wir gleich noch welche machen. Wenn wir schon dabei sind. Und die packen wir einfach da in die Kiste. So. Wir haben zwei Stacks dabei. Und meine Lieben. Ich würde mal sagen, das war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs dabei sein. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020